Hi Leute, ich zeige euch jetzt mal, wie man auf Amateurart diesen Würfel hier fahrdreht. Naja gut, die Kunst ist ja eigentlich wieder heile zu kriegen, ohne ihn auseinander zu nehmen. Ich fange einfach mal an. So, jetzt schaue ich ihn mir kurz an. Ja, sieht schon mal ganz gut aus. Und dann fange ich an. Und dann fange ich an. Und dann fange ich an. Na, mein Rekord wird das schon mal nicht mehr. Und dann fange ich an. 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 So, ich würde mal sagen, das war's für heute. Bis dann.